Hund-Saug-Napf-Spielzeug Dies ist ein multifunktionales Spielzeug für Hunde. Es kann leicht auf Boden, Fenster, Tür und Wand aufgenommen werden. Dieses Produkt kommt mit 3 Hundesnack-Keksen. Die aussehen wie die Nase des Schweins. Der Keks besteht aus einer speziellen Formel, welches eine Vielzahl von Probiotika enthält. Zum Schutz der Magen-Darm-Gesundheit des Hundes. Dieses Spielzeug besteht aus umweltfreundlichem und gesundem TPR-Material, die von Hunden zerrissen werden und die Zähne knirschen können. Um die Zähne zu reinigen und die Zahngesundheit zu erhalten. Der Keks ist leicht auszutauschen. Um die Aufmerksamkeit des Hundes auf sich zu ziehen, erleben Sie seine tägliche Angst erneut. Material, TPR und installieren Sie den Keks. Drücken Sie den Saugnapf auf den Boden oder die Wand, dann kann der Hund ihn lecken. Wir sind eine chinesische Heimtierfabrik. Wir haben 36 Spritzgießmaschinen in verschiedenen Spezifikationen. Wir kümmern uns um Menschen und ihre Haustiere. Danke fürs Zuschauen.